Hallo zusammen! Willkommen bei der neuen Schokoladenbrunnen-Challenge! Und wir fangen gleich an! Los geht's! Yummy! Darf ich anfangen? Oh nein! Es ist scharfe Paprika! Ich will sie auf keinen Fall essen! Was hast du bekommen, Chris? Das werden wir gleich herausfinden! Ja, ich liebe Kinderüberraschungseier! Ich bin gespannt, was da drin ist! Wow! Hey, mach weiter mit deiner Paprika! Come on! Bist du dir sicher? Von außen sieht sie harmlos aus! Aber ich hab Angst, sie zu probieren! Ich hoffe, sie schmeckt besser mit Schokolade! Mh! Lecker! Hey, das ist nicht fair! Beiß richtig ab! Sieht so aus, als müsste ich das doch tun! Wünscht mir Glück! Hey, you! Ich glaube, mein Mund brennt! Oh mein Gott! Ich bin fertig! Aber ich kann's nicht mehr aushalten! Einen Moment! Gut, dass ich eine spezielle feuerfeste Schussbrille für solche Fälle habe! Ah, Hilfe! Ich muss sofort etwas Schokolade trinken, um die Flamme zu löschen! Was für eine Erleichterung! Was für eine Erleichterung! Ich hab's geschafft! Gibt's kein Feuer mehr? Gut! Und? Ich kann endlich mit meinem Schokoei anfangen! Du hast immer all Asche im Gesicht! Na und? Oh nein! Mein Schokoei ist geschmolzen! Was war das? Es tut mir leid! Das ist aber schade! Aber ich hab ja noch mein Spielzeug! Mal sehen, was da drin ist! Wow! Da ist noch ein Kinderei drin! Das ist ja lustig! Jetzt kann ich es genießen! Und Schokolade hinzufügen! Gib mir auch ein bisschen, bitte! Nein, auf keinen Fall! Wow, fantastisch! Es ist so gut! Drei, zwei, eins, aufmachen! Wow, es ist ein Puppet! Kann ich damit spielen? Ich liebe es, Luftpolsterfolie zu zerdrücken! Aber Elli, ist es kaputt? Ich versteh's nicht! Was ist los? Ups! Die Luftpolsterfolie ist rausgefallen! Ah, ich hab's verstanden! Es ist aus Fruchtgummi! Mh, lecker! Cool, ich will auch Fruchtgummi! Wie bitte? Ist es aus Gummi? Was ist das? Komm schon! Au! Meine Nase! Das tut weh! Hahaha! Du bist so lustig! Na gut, ich möchte jetzt meinen Fruchtgummi mit Schokolade probieren! So schmeckt es bestimmt noch viel besser! Mh, das stimmt! Unglaublich lecker! Chris, würdest du mir bitte ein Stück geben? Schon wieder nicht? Mh, schade! Hm, schade! Na gut, ich werde mit meinem Pop-It spielen! Oh, ich hab eine Idee! Wenn man Schokolade in mein Gummipop-It gießt, wird es fest und verwandelt sich dann in ein Schokoladen-Pop-It! Das werden wir gleich überprüfen! Ich lege es in den Kühlschrank und warte eine Weile! Das wird richtig cool! Hurra! Wo warst du? Und was hast du vor? Einen Moment! Vielleicht wirst du alles sehen! Wow, das ist so toll! Und jetzt kann ich noch mehr Schokolade hinzufügen! Mh, sieht lecker aus! Mh, das schmeckt sehr gut! Hey, ich will dein Pop-It auch probieren! Kann ich etwas davon haben? Nein! Mh, schade! Aber wenigstens kann ich mit ihrem Pop-It spielen! Mh, wie entspannend das ist! Oh ja! Hey, Chris! Ich hab eine Minute lang nicht zugeschaut und schon hast du mein Pop-It in den Händen! Gib's mir zurück! Ah! Mein Pop! Und mein Pop-It ist kaputt! Naja, man kann immer noch damit spielen! Sogar mit nur einer Hälfte! Mh, das stimmt! Cool! Darf ich anfangen? Danke! Wow, es ist eine Cola! Und was hast du bekommen? Und ich habe... stinkenden Brokkoli! Nein! Nein, das kann nicht sein! Man! Haha, das ist aber lustig! Also, ich würde gerne anfangen! Mh, ich liebe Cola! Hey, hör auf anzugeben! Fang an! Ja, ja, gleich! Mh, ich habe gerade so Durst! Wow, das schmeckt super! Oh, interessant! Was passiert, wenn man Schokolade in die Cola tut? Das werden wir gleich herausfinden! Mh, ich habe gerade so lustig! Mh, ich habe gerade so lustig! Oh, mein Gott! Ups! Das war ein bisschen vorbei! Haha, das sieht gerade so lustig aus! Na und? Das ist aber köstlich! Darf ich auch ein bisschen probieren? Bitte! Nein! Auf keinen Fall! Fang mir deinem Brokkoli an! Oh nein, warum musstest du mich an sie erinnern? Eww, das riecht gar nicht gut! Ich hoffe, mit Schokolade schmeckt es besser! Und los! Oh nein, ich habe mich geirrt! Das mag ich überhaupt nicht! Ich bin fertig! Hey, das ist nicht fair! Es ist eine Challenge! Stimmt! Na gut! Nun werde ich versuchen, mehr Schokolade hinzuzufügen! Hoffentlich hilft es mir dieses Mal! Eww! Ekelhaft! Jetzt bin ich wirklich fertig! Komm, komm! Noch ein letztes Stück! Okay! Noch ein letztes Stück! Ups! Was ist mit meinem Bauch los? Hahaha! Hm, gleich werde ich dir zeigen! Hey, Chris! Eww! Wie ekelhaft! Wie ekelhaft! So! Okay, thanks! Gut, öffne es zuerst! Oh nein, ich habe Mais! Ich mag ihn nicht! Vielleicht hast du ein bisschen Glück gehabt! Wow! Ich habe Eis! Oh, schade! Willst du es probieren? Na klar! Yes! Ähm! Autsch! Haha, das war nur ein Scherz! Ich glaube, es wäre köstlich, mein Eis mit Schokolade zu probieren! Hm, sieht einfach fantastisch aus! Und schmeckt super! Wow! Das ist köstlich! Ich will mehr davon! Oh, yes! Hm! Hm, gut, dass ich so viel Eis habe! Wow! Einfach klasse! Hm, du Glückliche! Einfach fantastisch! Aber... Elli, was ist los mit dir? Haha, das ist ja lustig! Du rufst dich erstmal aus! Und ich helfe dir, dein Eis zu essen! Hahaha! Endlich! Wow, das sieht so lecker aus! Hm, schmeckt unglaublich gut! Ich bin fertig! Und es ist Zeit, unsere eiskalte Elli zum Schmelzen zu bringen! Und mein toller Brenner wird mir dabei helfen! Los geht's! Oh, was für eine Erleichterung! Vielen Dank! So, gehen wir weiter? Hä? Wo ist mein Eis? Keine Ahnung! Wie wär's mit etwas Mais, du Dieb? Na gut! Wenn es nicht um die Challenge ginge, würde ich nie im Leben essen! Hm, sieht nicht wirklich lecker aus! Oh nein! Und wo? Wartet mal! Ich hab eine tolle Idee! Ich muss Popcorn machen! So, ich muss erstmal die Körner sammeln! Wo ist mein Herz? Was war das? Sehr gut! Mein Popcorn ist bald fertig! Los geht's! Schaut mal! Es funktioniert! Oh mein Gott! Oh ja! Schau mal, Elli! Wie gefällt dir dieser fantastische Eimer Popcorn? Klasse, oder? Fehlt nur noch die Schokolade! Hm, fantastisch! Wie schön und lecker! Das ist ja mal was anderes! Chris, gibst du mir bitte ein Stück? Hm, na klar! Das wird cool! Und fang es! So, und nochmal! Und nochmal! Hey, ich kann's nicht fangen! Gib's mir! Was? Hey, warte doch mal! Das ist meins! Nein! Wow! Es regnet Popcorn! Haha, genau! Das macht so viel Spaß! Vielen Dank an alle, die unseren Kanal abonniert haben und ein Like hinterlassen haben! Wir sehen uns bald wieder, liebe Freunde! Tschüss und bis dann! Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017